Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas aus der Sky zum Start Und wir werden in der Runde Let's Mini-Play Spirits of Elrond Von Khalifa Games www.khalifagames.com Press in die K Luck in the world Da waren wir schon Okay Das haben wir alles gemacht Hier haben wir sogar Sternchen 14 von 8 Sind wir noch beim letzten hier Bei diesem gedulden sie hier Okay Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das nochmal war So 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 Diesen Trick kennen wir immer noch Aber wir wissen immer noch, wie es jetzt weiter geht So So, jetzt haben wir alle drei Wir sind genau da, wo wir aufgehört haben Fuck Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Scheiße Hmm 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 Ich bin ja schon bei 54. Alter Schwede. Was ist das denn? Ach so, ich will gerade noch was gucken. Okay. Okay. Ich bin beißt auf. Ah, 69. Scheiße, Alter. Wie kommen wir denn jetzt hier durch? Oh, wir haben nur 3 Auslieb für 35. The demons are accompanying. Are they angry? Just a little, a lot. Actually, you should probably hide. I feel something else. I'm afraid. Oh, oh, jetzt geht's wo richtig los hier. Hä? So. Jetzt können wir die einzelnen Stufen sehen. Boom. 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 Opportunity. Opportunity. Eight. Six. Score six. Okay, das war jetzt einfach. Six, ja. Mhm. Die Frage, wie kriegen wir das denn jetzt hier ein bisschen raus? Papa, Papa, Papa. Ähm. Hi, Slay. Hi. Wie komme ich hier am besten durch? Ich weiß nicht, was du machen musst. Ich muss diese gelben Punkte hier einsammeln. Mhm. Achso, mein Fall ist die also im Weg. Gelben Punkte hier einsammeln. Hier habe ich einen gelben Punkt. Mhm. Und wenn ich einen gelben Punkt habe, kann ich, ähm, noch einen weiteren gelben Punkt habe, kann ich den hier nicht zerstören, weil er zwei hat. Mhm. Und muss nur den dritten einsammeln, damit ich den hier überhaupt mit dem weißen zerstören kann. Der weiße kann das hier nicht berühren. Und der schwarze kann hier durchfliegen. Aber er kann halt den hier nicht angreifen. Ich kann nur so machen. So. Das Beispiel. Habe ich nicht besiegt. Aber ich könnte jetzt den ja nicht besiegt, weil ich nur zwei habe. Das ist so bang. Weil ich besiegt worden. Es holst du dir den gelben Punkt. Es ist verlustig eigentlich. Ja, ich habe eigentlich den anderen gemeint, aber okay. Ein acht, ein acht Züge muss der schaffen können. Ein acht Züge. Ein acht Züge. Das ist hier. Also man kann es in acht Züge schaffen. Ein erster Zug, zweiter, dritter Zug. Geht schon mal weg. Du sagst die falschen zuerst einen. Du musst zuerst den O-Locken einsammeln. Ich muss den irgendwie da hinkriegen. Es geht zwar, indem ich so mache, aber ich kann mit dem weißen nicht runtergehen, sonst geht er kaputt. Ja. Dass du dich irgendwie, wenn du jetzt da bist, den, äh, also hier so runter. Die runter, ja. Oder den schwarzen irgendwie zwei nach drüben schicken. Oh, da ist der Slay. Aber das haben wir schon zu viel verbraucht. Weißt du, man muss erst mal so... Das heißt, raus, so runter, zack, zack. Verrückt machen, runter, zack, so. Oh, man, der Slay. Ja, ich halte. Der Slay halt. Wenn ich ihn nicht hätte, hätte ich ihn mal anderen. Wie nett. Oh, da hab ich's. Da hab ich den ganzen Kreis drin. Oh, nicht schon wieder so eine Scheiße hier. Gut. Gut. Das geht nicht. In 23 Zügen. Das geht auch nicht. Ha! Das hab ich so komplett gedreht. Ähm. So, zuerst muss ich das da oben kriegen, damit ich den da platt machen kann. Anders geht's so oder so nicht. Also, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, dass ich den da platt machen kann. Nö. Nö. Funktioniert nicht. Ah, fuck. Fast. Okay, warte mal. Was hab ich gemacht? So hab ich gemacht. Das hab ich gemacht. Das hab ich gemacht. Das. So, so, zack. So, zack. Den hab ich. Das ist schon viel zu viel jetzt. so zack 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 und jetzt Gut, haben wir ein paar mehr gebraucht. Aber wir haben es geschafft. Ach du Scheiße. Ach Scheiße, das war dumm. Ähm, hoch, rüber. Rüber, ins Winter, rüber, ins Hoch, rüber, 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 nee. Hö,湯,湯,湯,湯! Nicht allzu schlecht, aber auch nicht allzu gut. Um drei Zügen. Der Rest jetzt mal an. Ach, falsche Richtung. Ah, verdammt, noch eins, ey. So weit haben wir es schonmal. Oh, warte, pff. Scheiß, zu schnell. Nimm mal eins. Rüber. Kaputt mal runter. Holen. Seite. Runter. Nein. Das mach ich nicht mit dem Scheiß. Zack, 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 zack. Oh, zack. Oh, zack. Oh, zack. Oh, zack. So. Ach, bin ich dumm. Ach, bin ich... Nein. So. So. Hoch, runter. So hoch, runter. So hoch, runter. So hoch, runter. Und so runter. Über. Gut. Scheiße. Hehehe. Hehehe. Aus. Und so. Kaputt. Zack. Zurück. Kaputt. Runter. Zack. Jetzt haben wir die vier. Wenn die vierter Negrge nicht. 요. Jetzt noch nicht. Negrge. Vielen Dank.